Der neue Katalog ist draußen. Vielleicht haben Sie einen auch schon zu Hause und haben schon mal durchgeblättert. Und da entdeckt man ganz viele neue Produkte. Gerade auch für den Garten gibt es da viele tolle Neuheiten. Hier zum Beispiel dieser tolle Turbo Rasensprenger. Brandneu. Und wir dürfen Ihnen den jetzt hier bei Pearl TV direkt zum TV-Sonderpreis anbieten. Denn gerade das Bewässern ist ja jetzt ein Riesenthema. Schon im April fast gar keine Niederschläge. Man muss wirklich ran. Man muss seinen Rasen bewässern. Man muss natürlich auch die Beete bewässern. Sie haben vielleicht neu gepflanzt auch. Bei uns gab es auch zum Beispiel schön Tomaten und alles. Ja, es wird sehr lecker. Und hier haben wir diesen Turbo Rasensprenger für Sie mit 16 Düsen. Ein ganz neues Modell, neueste Technologie. Und hier dieser Düsenkopf manuell um 360 Grad drehbar. Sie haben hier die Möglichkeit, diese 16 Düsen auf Ihre Wünsche einzustellen und können so wirklich Großflächen auch perfekt bewässern. Es ist alles einstellbar. Die Richtung, in die er dann dementsprechend sprengen soll, die Sprengbreite, die Reichweite und auch die Stärke des Wasserstrahls können perfekt eingestellt werden. Das einfach hier natürlich mit diesen Elementen, sodass sich der Kopf dann dementsprechend bewegt oder auch die Stärke ist hier einstellbar. Und wir haben eine Sprengbreite von bis zu 8 Metern hier bei diesem Gerät und eine Reichweite von 15 Metern. Das ist natürlich sensationell. 15 Meter, gerade wenn Sie große Rasenflächen haben, können Sie das genau anpassen, sodass der auch nur bis zur Kante Ihres Gartens dann geht. Und durch diese 16 Düsen, die hier wirklich toll auch so leicht gummiert in bester Qualität eingearbeitet sind, haben Sie halt ein Wahnsinnsbewässerungsergebnis. Die Stärke ist selbstverständlich auch einstellbar für Ihren Wasserstrahl und der geht in alle Richtungen. So ein toller Profi-Rasensprenger. Jetzt hier für Sie zum TV-Sonderpreis von 17,05 Euro. Und ja, selbstverständlich, Sie dürfen sich auch gleich zwei oder drei bestellen, wenn Sie möchten, wenn Sie da eine größere Fläche haben, die Sie bewässern möchten. Denn dieses Jahr kommt wirklich die Dürre. Wir haben es ja jetzt schon bemerkt im April und da sehen wir es auch nochmal hier. Focus Online berichtet auch Sommer 2020 neue Temperaturrekorde. Die Meteorologen sagen hier, wenn es so weitergeht mit dem Wetter, dann wird Deutschland zur Wüste. Im April fällt in manchen Regionen gar kein Regen, das haben wir ja gemerkt. Und dann wird es natürlich hier sehr trocken auch. Staubteufel wehen über das Land und Gärten und Äcker verdorren, sagen die sogar. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das nicht riskieren, dass unser Garten dann aussieht wie eine Wüste, komplett verdorrt. Sondern wir wässern natürlich intelligent, morgens, abends dementsprechend. Und hier für Sie jetzt diese Neuheit zum TV-Sonderpreis. Und hier sehen wir es auch nochmal sehr schön. Hier einfach den Schlauch anschließen. Das ist ein klassischer Steckanschluss, den Sie haben für die gängigen Schläuche. Eine große Fläche auch unten, sodass der sicher steht. Und dann ist alles, wie gesagt, einstellbar. Die Reichweite, die Sprengweite und Breite auch dementsprechend und auch die Stärke, in denen er arbeiten soll. Deshalb dieser Düsenkopf auch nochmal manuell um 360 Grad drehbar in alle Richtungen Beregnung. Und ideal auch für verwinkelte Gärten übrigens, weil Sie den halt so optimal einstellen können. Das ist für Sie vielleicht noch ganz wichtig, wenn Sie da irgendwie so kleine Beete haben. Sie können das perfekt einstellen. Der kommt fast überall hin. Das ist wirklich sensationell und ganz neu. Unsere Neuheit hier für Sie bei Pearl TV aus dem Katalog. Jetzt schon hier für Sie zum TV-Sonderpreis von 17,05 Euro mit der Bestellnummer NX1552 und der 569 kommt er zu Ihnen nach Hause. Die Kollegen im Callcenter sind jetzt für ihre Bestellung da. Und Sie dürfen selbstverständlich auch gleich mehrere bestellen. Denn wir wünschen uns einen schönen Sommer und einen wunderschön beregneten Garten. Viel Spaß!